Musik Ja, na warte mal, jetzt ist das komische Zeichen wieder da mit diesem Kamera und diesem Durchgestrick. Friks und Freunde, herzlich willkommen in Frankfurt. Hi, ihr seht gerade, was hinter der Kamera abgeht. Danke, Pia. Wir sind wieder unterwegs und wir sind in unseren spontanen Shootingreisen. Wir wurden eingeladen von Mike aus Frankfurt und haben heute den ganzen Tag hier in dieser Stadt vertragt. Und wie immer ist der Tag ziemlich schnell vorbeigekann. Ja, er hat auch recht spät angefangen. Wir haben ja Winterzeit, das heißt, es wird erst sehr spät hell und sehr früh dunkel. Wir haben um wann um 10? 10 angefangen? Um 10 erst? Mit dem Schminken haben wir um 10 angefangen. Schweren kam hinzu, dass gestern Abend unser zweites Model abgesagt hatte und wir ganz spontan noch eine Aushilfe gefunden haben. Und jetzt ganz glücklich sind. Ja. Es hat super geklappt. Danke, Carmen. Genau. Und ja. Jetzt haben wir halb sieben Uhr. Es ist schon wieder alles fertig. Es ist ziemlich dunkel. Wir waren zum Schluss noch auf dem, wie heißt der Tower? Main Tower. Main Tower. Oben, wo man für 6,50 Euro hochfahren kann und von oben dann gar ganz tolle Aufnahmen machen kann. Wir waren am Flughafen, an der Landespur. Wir wissen jetzt, dass wenn der Wind von Osten kommt, die Flieger vom Westen landen oder irgendwie was ganz komisches. Andersrum. Andersrum. Wir haben heute das größte Flugzeug der Welt über uns landen sehen. Die Begeisterung war groß auf jeden Fall. Wir wissen, was eine Wirbelschleppe ist. 2, 3. Ja, also viele Dinge dazu gelernt. Frankfurt müssen wir sehen. War super. Wieder fotografiert mit Fujifilm X-Kameras. Mit Fujinien-Objektiven. Wir hatten auch Zeiss-Objektive dabei, wie immer. Also gar nichts Neues. Wieder kein besonderes Licht, sondern das, was der Tag zur Verfügung hatte. Wir sind selber gespannt, ne? Ja, vor allem von dem auf dem Main Tower. Also im Main Tower war es eigentlich stockdunkel. Es kam ein ganz schreckliches Licht von unten. Also alles ganz arg eigentlich negativ. Mal schauen, was rauskommt. Auf den Kameras sieht es gar nicht so schlecht aus. Mal sehen, was auf dem Rechner drauf zu machen ist. Wird halt alles rauschen, aber es wird drauf geglauben. Wir hatten da noch irgendwie den Fehler gemacht, zu fragen, ob wir denn Taschenlampen nehmen dürfen zum Beleuchten. Oder ich habe das gemacht und habe damit natürlich schlafende Hunde geweckt. Funkverkehrer Security. Totaler Scheiß. Also Fragen fragt nicht nach irgendwas, aber macht es, bis es euch jemanden verbietet. Ja, das war's, oder? Ja, ich werde vielleicht nochmal den Mike zeigen, unseren Gastgeber von heute. Ja, einmal auf den Mike trinken. Hi, ich bin der Mike. Wir haben einen geilen Tag. Zurück, 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 zurück. So muss es spannend sein, ist auch nochmal. Das ist ja nicht Hollywood hier. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.